Der Traktor macht sich startbereit. Ex-Zapo, unter niederländischer Flagge, ganz viele Titel eingefahren, niederländischer Meister gewesen. Also das ist kein Traktor, der hier irgendwie in der dritten Reihe mitfährt. Das ist kein B-Traktor, das ist einer, der ganz vorne in Europa dabei ist. Und der wird jetzt erstmal vorlegen und dann schauen wir mal, wie gut das am Ende ist und wie weit er nach vorne kommt mit dem Yellow Dream. Yellow Dream macht sich startbereit, Finale in der Superstar-Klasse beim Superpol des Nordens in Hasmoor. Was macht er? 10,4 Liter, 4 Turbolader, Metanol-Treibstoff, 3800 Wettkampf-BS machen sich startbereit. Der Max-Bosskampf sitzt am Steuer. Yellow Dream! Ein guter Pull vom Yellow Dream! Ein guter Pull vom Yellow Dream! Und da müssen die anderen erst einmal hinkommen. Nicht ganz so spektakulär, nicht ganz so schnell wie im Vorlauf, aber hier ist der letzte Deutsche im Finale. Es ist der letzte Verblieben. Hier ist der Applaus für den Max, wo ist der Applaus für Yellow Dream! Der Robo kommt. Auch er hat uns seinen richtig, richtig guten Fullpool gezeigt. Der Däne im Finale. Es gibt Applaus für den Deutschen Traktor im Finale für Yellow Dream. Sie haben hier 85,71 Meter vorgelegt. Was machen die Dänen? Noch ist der Deutsche vorne. Noch ist Yellow Dream auf Platz einzufinden. Er dürfte eigentlich nicht vorbeifahren, sagen die Insider. Yellow Dream hat die Nase vorn. Hobo aus Dänemark macht sich bereit. Hendrik Ebersen kommt mit seinem VH. Drei Tourbolader, 3000 Wettkampf ist der Hobo! Und es wird gefightet. Es wird gefightet um jeden Meter beim Hobo. Reicht das für eine neue Bestweite? Es sind 78,89 Meter. 78,89 Meter für Hobo! Und damit momentan Platz Nummer 2 im Feld der Top Super Storks hier in Hasbro. Stark gehofftet, auch der Hobo-Pilot hat den Helm abgenommen. Der Motor so gewaltig aufgeladen ist, dass am Ende doch irgendwelche Teile auf der Bahn landen. Und gerade drei Puls nacheinander. Das ist höchste Belastung für die Maschine. Das ist so ziemlich das Schärfste, was man einem Motor beim Traktor-Pulling in der Superstork-Klasse antun kann. Ich bin gespannt, ob er durchhält. Ich bin gespannt, ob wir eine neue Bestweite sehen. Sie sollten sich schon mal da hinten in den Brink stellen, oder? Bleibt auf der Bahn. Die Niederländer sind noch einmal da. Jeffrey gibt noch einmal Gas. Maximum Riss aus den Iranen. Es ist der blanke Wahnsinn. Es ist der neue Maximum Riss. Der fliegt, der fliegt hier noch einmal zur neuen Bestweite. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Und er stirbt ab nach dem Pull. Er versucht hier noch einmal wieder zu starten. Neue Bestweite für Maximum Riss. Junge, 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 Junge. Und die MF-Zürfelschlepper der Firma Dormann sind im Einsatz hier auf der Strecke und sorgen für den Ablauf. Tolle Traktoren zur Verfügung gestellt für die Bahnbearbeitung. Aber jetzt kommt hier erst einmal der letzte Pull. 95,10 Meter ist die Bestweite. Was macht der Terminator? Die Terminator wird nicht geschont. Und sie kämpft um jeden Meter. Das ist Wahnsinn. Sie bleibt voll auf dem Gas. Sie geht nicht runter. Sie lässt ihn kämpfen bis zum Schluss. Und es fehlen wenige Zentimeter. 95,10 Meter. Für die junge Dame, für die Linder. Und Terminator. Alter. 94,36 Meter. Liebes Publikum. In Hasmo, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht. In der Wahl. Rob, please come to the end of the track to the trophy celebration. Der zweite Platz geht an die Linder. Der zweite Platz geht an das Team aus den Niederlanden. Und der neue Trecker vom Van der Waal Bulling Team. Er arbeitet wie verrückt. Jeffrey hat uns eins, zwei, drei geile Pulls gezeigt. Einen riesen Applaus für Maximo Rust hier in Hasmo. Boah, drei Wahnsinns Pulls vom Maximum Rust. Da sind sie. Zeigt euch noch einmal die Publikum. Liebes Publikum, hat euch die Superstar-Klasse gefallen? Es war der Wahnsinn. Danke, dass ihr hier wart. Eine tolle Show von den Niederländern. Wir machen weiter mit der 2,5 Tonnen Klasse. Wir machen weiter mit der 2,5 Tonnen Klasse.